Ja, hallo. Hier ist noch mal Selina, Reisebegleiterin. Ich habe heute einen wunderschönen Tag erlebt, wie ihr ja alle wisst, habe ich gewuchtet. Und nun stehe ich hinter der Cocktailbar. Und das ist der letzte Zähne. 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 Ja, er gibt nur gleich zwei Zähne, wie vor einem Cocktail gemischt wird, den ich dann allerdings genießen kann. Ja, und nun, wie ich will sehen, zeigen die doch nütterweise mal, wie eigentlich das Eis an High Angel gemischt wird. Okay. Gut. Zucker. Jetzt ist noch ein Eis. Mit mir bitte. Das ist ein Schraubank. Noch ein. Das ist ein Eiswürfel, das ist grundsätzlich früher Grunfogastau, mit Milch, es wurde noch voranisch ins Wasser gesucht und Anamata. Jetzt wird das waschen geschehen. Super! Ja gut, dann probiere ich auch mal aus, wie das waschen geschehen wird. Super! Wunderbar! Kannst du weiter machen? Oh, dann kann das waschen zu hell. Ja! Wunderbar! 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 Jetzt wird das waschen, die zwei Ecken geschehen. Machst du auch eine für uns? Sieht das schick aus? Ja! Und in Nasischirn! Genieß es! Lecker! Kürzlich! Wichtig! Frau, dann, kannst du auch so eine für uns machen? Danke! Kannst du auch so eine machen? Ja, ich danke dir ganz sehr, dass du mir den Gemüten hast. Ja? Ich denke mir, dass ich die vorbeführende Arbeit, die wir verstehen, die wir lassen.